hallo liebes tennis netten tennis warehouse team ich freue mich sehr dass ich noch mal dabei sein darf bei eurem schläger test nach dem tollen schuh test wo ich schon dabei war der euch anscheinend genug überzeugt hat dass ich jetzt noch mal beim schläger test dabei sein darf mein testprodukt beim schläger test ist der barbola pure strike der erste eindruck von dem schläger ist meiner meinung nach sehr gelungen also das design ist eher schlicht gehalten aber sieht trotzdem finde ich sehr edel aus gerade hier unten auch noch mit dem bisschen orange sieht er richtig peppig aus und vom design her auf jeden fall sehr gelungen und ja ich bin gespannt wie er sich spielen lässt ich werde dann weiter berichten und freue mich schon auf den ersten test mit dem schläger bis dahin tschüss